Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft, diesmal ohne Robi-Spielekiste. Und ja, Entschuldigung für die Mikro, mein PC ist gerade noch beim Rendern. Und ja, ich wollte einfach nochmal in den Keller. Ich will den einfach fertig machen. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Ja, ich habe eigentlich schon mal ein bisschen tiefer ausgebaut. Aber ohne Werkzeug kann ich das nicht machen. Mal gucken, ob ich hier noch, wie ich noch Werkzeug noch habe. Ja. Aber ich habe immer keine Spitzhacke mehr, sehe ich gerade. Oder wo hat er sie hingesteckt? Nee, hier ist kein Werkzeug mehr drin. Ich muss da so selbst was erstellen. Also das Lecken ist demnächst vorbei. Okay, da muss ich nochmal hochgehen. Habe ich eigentlich noch genügend Holz und so? Einen Sticky habe ich noch. Stein brauche ich also. Das muss dann nicht gleich so ein 24er-Stick sein. Ich glaube, andere habe ich nicht. Ähm. Ne, dann nehme ich aber mal so ein 64er-Stick. Ach, da kriege ich an Glück, vier draus. Gut. Zwei Werkzeuge. Drei Werkzeuge kriege ich da raus. Äh, warum habe ich jetzt Excel-Skill gemacht? Ich will doch. Ach, ich bin so doof. Ich hoffe, ich habe noch Holz. Natürlich nicht hier oben. Das hängt ja gut an. Hier habe ich alles leer gemacht. Das ist toll. Also muss ich nochmal Holz hacken gehen. Drei, traur, lic Gomaira. Das ist toll. Ah! Ich habe ja nichts mit CAP. Ja, ich hoffe euch gefällt jetzt die Einstellung der Tonaufnahme, also ich habe das jetzt mal ein bisschen geändert und ich hoffe ihr seid damit jetzt ein bisschen zufrieden. Ich habe auch mein Mikrofon jetzt direkt an meinen Mund herangeholt, ja ich denke mal das wird jetzt ein besseres Ergebnis dann ergeben. Und ich habe auch ein paar neue Musiktitel hinzugefügt. Ihr müsst aber selbst erraten von welchem Spiel das ist. Also wenn ihr es wisst einfach in die Kommentare, also ich weiß es aber ich sage es euch nicht. So... Boah, dieser olle Eisenkohle hier. Na ja, ich bring ihn gleich um, der stirbt mich einfach nur. Alter, hält der viel aus. So, Felix. Oh, ich muss das mal. So, das müsste es mal reichen. So, bei mir sind wir ein bisschen... Granit braucht man eigentlich nicht. Jetzt habe ich... Buch, Entschuldigung, das war meine Tastatur. Mein Tisch ist von der Maße ein bisschen anders, also so dass es ein bisschen eng vom Platz her ist. Entschuldigung, die Unannehmigkeiten. Wie tief geht das denn hier rein? Gucken, ob ich hier die Kisten rein mache. Hier müsste die Treppe sein. Mal gucken. Ja, hier ist die Treppe hinter. Ich denke, hier ist Häusen zu liegen, ja. Dann kann ich hier dann Kisten rein tun. Mal gucken, was ich da mache. So. Hier mal ein bisschen reingehen, ja. Ah. So, das leckt ganz schön, ja. So, das leckt ganz schön, ja. Und dann mache ich hier nochmal zu. So, das leckt ganz schön. So, das leckt. So, das leckt ganz schön. Geht es eigentlich noch weiter, oder ist es eigentlich schon in der Allianne? Oh, mein Auge juckt so dermaßen noch. Naja, das ist irgendwie nur am Wochenende, also ich kann es noch nicht erklären. In der Woche ist alles in Ordnung. Okay. 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 Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass mein PC gerade nebenbei am Rändern ist. Also nicht, dass wir der Börse-Zungen meinten, kauft dir mal einen ordentlichen PC, das ist nur am Ruckeln. Nein, mein PC ist gerade nur gerade beschäftigt. Okay. 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 Warum ist hier...? Geht's eigentlich auch noch weiter? Ne, da ist schon Erde. Also ist hier Ende mit Wand. Mache ich hier die Wand hin? Na, warum geht's hier eigentlich jetzt weiter? Achso. Ist ja komisch. Oh, hier ist ja schon Tageslicht. Dann mache ich hier dicht. Warte, das ist ja so'n rundes... Na, das hat ja wunderbar geklappt. Na wunderbar, jetzt hat's geklappt. Na, ich muss jetzt noch die Stelle noch zu machen. Habe ich da auch Erde? Da ist Licht, ja. Da müsste ich mal dazu, dass hier innen es so bleibt. Ach, ich muss eigentlich das mal mit ne Spitzhacke weg. Ach, hier ist Granit. Mit ne Achse ist es auch ganz gut, ja. Also ich kann mit Granitix anfangen. Für mich ist es quasi ein sehr sinnloser Rohstoff. Dann ist hier wieder... Ich glaub, dieser Ausbau, der wird noch mehrere Folgen noch anhalten. Aber in der nächsten Folge wird schon wieder ein bisschen flüssiger. Das verspreche ich euch. Also von der FPS Anzahl her. Super. Super. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich denke mal, ich werde erstmal ein Aufnahmepäuschen machen und dann würde ich mal sagen, wir müssen in der nächsten Folge wieder mit dem Keller weiter ausbauen So, ich mache schon mal kurz noch ein Bildi Alles klar, dann bis zur nächsten Folge, tschüss!